Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Herr der Ringe jetzt hoffentlich wieder mit besserem Sound und mit dem Thomas Ne, ne das ist eine Lüge, ich bin nicht da Jetzt gehen wir hier rein Ne, das letzte Mal speichern sollen glaube ich Ja, es geht nicht, es gibt nur Speicherpunkte Also wo müssen wir hin, es gibt hier zwei Ach du, das ist schlechter Zeug, es ist kaputt, der hat mich gerade gesehen, der hat hier so vibriert Ey, da ist noch mehr Geld und hier ist noch mehr Das Ohren, die wir hier gerade kaputt machen Könntest du mal die Fresse halten? Wenn die Leute reden Zeigt die Artefakte in einem Schwiegemeister Die Artefakte... Möchtest du auch loben? Ich glaube wir haben eben die Artefakte gefunden Ich glaube wir hast den weggehauen Artefakt Alter Halt den Swahul Irgendwie komme ich mir heute langsam vor Ja ich mir auch Ich will langsam die zuhauen Ja ok du hast aber auch eine riesige Axt Ja aber ich hau die letztes Mal so langsam zu, ja Wofür hält der aus ey? Jetzt lernt ihr einen Waldläufer kennen Leute der liegt immer noch Jetzt nicht mehr Na jetzt nicht mehr Gibt's hier irgendwo noch was? So War hier irgendwas da? Äh da ist noch Ohren und so zwei So Hä ist mal rollen Oh Schatzkammer Mach auf Mach auf Ich hab ne Hose aber Hier sind Gegner Hallo Ja komm mal Hey der hat keinen Kopf Der hat keinen Kopf Der hat keinen Kopf hat stirbt Los Wer hat keinen Kopf hat stirbt? Wer muss der? Der stirbt einfach Na warte mal ich muss mal kurz Dingens äh Ja ich hab nen neuen Bogen bekommen Ich muss mal eben auf Flyen Hammer geiler Bogen Haben wir vergessen Ich hab nen besseren Bogen bekommen Was möchtet ihr bekommen? Ne Hose Die ganz gut ist Ich hab Ich hab nen neuen Bogen und ein bisschen Mann Ich hab ne das höchle Ach höchle Ach und hier gehts wieder hoch oder nicht? Äh Ja Oh da kommen noch mehr Ja Okay der Bogen macht einen nicht mehr da Bäm 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 Kassat Kassat Ich betolpt ihn mal Blöi Ach ja stimmt ich hab ja irgendwas geskillt das ich Zehner zuhoch Da ist einer an der Decke oben und kommt bis runter Ja der hängt ein bisschen fest Ja Nice Fuck geht doch weg Null In dein Gesicht Ey Du hast kein Gesicht mehr Ich muss ihn jetzt hinschießen Ich hab gefragt wieso Fokus der dich Obwohl ich ihn nicht drin Aua Ich schneid ihn dann weg Ich glaub mit Ich mach mit meinem Bogen mehr Damage Definitiv Oha 722 Damage Oh Durch geht das vor Ich will kaum noch mal nach Ja ich auch nicht Aber auch war die da 15 Minuten Alter was da alles Alter hab ich nie eingehängt Weg du Oh scheiße Ich bin tot Aber die rätst du mich schon Oder? Ne doch nicht Ist jetzt nichts Problem Was? Sterb doch nicht alle Legst du wieder? Ja Unsere Bitch lebt auch schon wieder? Ach ne die liegt da Ne die liegt da Ne die liegt da Ich kann grad nicht Ja ich mach mit dem Bogen mehr damit Ich kau jetzt mit dem Bogen drauf Alter jetzt hab ich keine Pfeile mehr Genau Geh weg Ich bekomm ja auch nen Sack Moment ich retz sie Alter Hallo? Ah ich hab keinen Motherfuck Geh weg Alter Alter Mach schon wieder? Hat er keinen Kopf Menschen Oder Kopf Leben nicht Jetzt lernt ihr einen Weitläufer kennst Kannst du mir hier ein paar aufnehmen? Vielleicht Errungenschaft freigeschalten Plötzliche Wut Das hab ich auch mal Ich glaub irgendwie 3 Crits innerhalb von 10 Sekunden Boah Keine Ahnung Bin ja nicht da Als hab ich das Schwert in den Reihen gesteckt Das Schwert in die Scheine stecken Oh mein Gott Zug in den Bahnhof fahren Ah Gegner Zug in den Bahnhof fahren Nix ablocken Gibt's hier nicht Echt mal Aufs Mull Ich glaub hier niemanden mehr, dass er tot ist Ja Immer noch draufhauen Hier nie mehr auf einen Krieg Jetzt lernt ihr einen Duderlan kenn Was für ein Duderlan Ich glaub Das hab ich gesagt Wieso auch immer Ich bin ein Duderlan Alter Ich dachte du bist ein Dune da Dein Ich bin ein Waldläufer Säubert das erste Grab Das erste Grab Was ist hier? Das kann man jetzt machen Ist das eigentlich unsere Hauptbister Was wir hier grade machen? Glauben unsere Quest Äh wie ähnlich das Da Quest Ähh Aufgaben Ja Ibi schon Jetzt müssen wir Oh jetzt kann ich noch Anderen Nebeaufgabe Die letzte Saison von Kadolan Okay Drei Gräber gibt es Ok Äh Hier lang Äh ja Ihr habt das Grab hier gesehen Sie sollten glaube ich wieder raus Betten jetzt kommt irgendwas nochmal hier Auf der Fläche Da wir das erste Grab gemacht haben Ich stehe man kann ja laufen Ich laufe Printen Nein 1 2 Reaktion wohl gesprechert Erstmal hier die Dinger kaputt machen Oh da oben Ich brauch Pfeile Warte was hast du da beschworen Ja genau beschworen vor allem Ich hab keine Pfeile Ich muss die Pfeile besorgen Der beschwört doch ein paar mehr Ich brauch Pfeile und ich kann es nicht machen Ich hab 60 Pfeile und ich brauch mehr Aua Wieso geht der auf mich? Ich mach mir nur den Toten in den Kopf Ich glaub der macht für ihn dann gerade irgendwas Ja eben geschehen Ich brauch Pfeile Need it Ich brauch keine Münzen Ich brauch keine Münzen Okay ich kann den BAM Final Kill äh hit So BAM In dein Gesicht Aua der hat mir ins Gesicht Oh Kann ich zu dem eigentlich hochrennen Ja ne ich auch wundere ich hab keine Pfeile mehr Nee Das ist ein bisschen scheiße Also anscheinend solltest du ihn angreifen und ich komm mich um die hier Ja nützt mir nicht so ne Pfeile Aua Aua hat sie mich nicht Aua hat sie mich nicht Ich habe jetzt mehr Alter lebt ja noch Uhhh Aua Stein Aber ist wieder Pfeile? Nein das ist nicht Aber kriegst den Pfeile überhaupt ganz scheiße Kaufen Ja wo Wo soll er erzählen? Ist er irgendwie hinter uns oder so? Äh aber die Lebensanzeige von ihm ist noch da Ja Das sehe ich Ah hier sind noch mehr Pfeile Also ich finde Bolzen Ich hab Pfeile gefunden Wo hast du Bolzen gefunden? Ach so Ja das sind die die ich Bei dir sind halt Bolzen bei mir ist ein Pfeile gewesen Wow Oh man kann ihnen in der Zug Linse Oh hoppla So eine eigenen Leute anzugreifen Ah ok Also warte ich kümmere mich mal kurz um den da oben Wenn du nur den dort ins Hals nimmst Alter Vorm Hals hab ich gesagt alter Ach so Na jetzt hab ich ihn schon In slow mo Äh 700er Sogar 900er 200 200 Der heilt so ein bisschen Hab ich keine Falle Jetzt ist er wieder woanders Ist er irgendwo da drüben Ah hier Oh er kommt Ah jetzt können wir ihn direkt angreifen Oh oh Ich hab irgendwie Angst Bei seinem Steinwirbel Genau bei ihm zu stehen Aua Aua Dachte ich Ah ich bin fast tot Kann ich noch mehr beschwören Kann ich noch mehr beschwören Kann ich noch mehr beschwören Nein Ich kann die kleinen gar nicht angreifen Der ist auch nicht klein Der ist eh gleich down Äh Ja der ist down Aua Na ja fast Aua Und In den Kopf Sekt am Schiene mit Prozesseinlage er war zu das erste Mal vor allem ist mehr Euro für meinen mich bald in der Zauberstab ist ein Schild okay in der Solichmann schulden ein Platz für den Socken aber ich in Zukunft ausdauer oder rüstung ja es ist ja immer ausdauer so können wir da reingehen so herrlich und so mich auch ein bisschen das praktisch ist ein grab dabei kann man doch das ist das ist etwas in der mitte moment nachher jetzt die kröge da kommen sicherlich wieder ein paar pfeile für mich raus bei mir sind wollte das gekommen und dahinten bei dir das muss ich krieg die ganze zeit nur scheiß münzen ja es gibt uns noch an deren vorbeirand mann ich finde gut dass man getrennt in also um gut hat so gesehen jojo so kiste eine million zwei sachen ungeschliffener topas ich habe ganz viele münzen gehabt das ist das lebensspenden der lebensspender amulett schild mit bronze einlage und erfordert 16 wille zwei prozent ausdauer plus vier prozent gesundheit regeneration also das hat auch einen wert okay ich muss will das gehen wie viele habe ich denn ich habe noch gar kein wille geskillt wo ich muss sechs mal wieder es gehen und kriegt durch drei punkte pro level natürlich ich will das aber tragen weißt bist du nur oder ja ja warte ich kann dir was geben bist du nur bist du nur nein ich will ich will das was nach dem nur steht was das was bekommen das sieht nicht so viel aus fang ich auch gerade fang ich auch gerade fang ich auch gerade in der facken Brüste für mich dass man zeigt für ein neues Schwer das kriegt nicht so viel Damage und mal wieder arm ab arm dran weil arm ab nachher kommen von den nach oben schützen lassen sicherlich Pfeile fallen ich habe so gehört das wäre unlogisch ja stimmt ne er ist er einfach nicht mehr ach der lebt hat mir das Beinchen weggeflogen alter wie viel weiß der ist tot aber er hält trotzdem so viel ab ey da kommt einer noch los komm fair, unfair, unfair hm ich den Leuten in den Rücken falle bleibe auf dem Boden und Leveler Schützer des Norden Level 10 boah Kopf er lebt noch geht die Schüsse abtrennen ich helf dich und jetzt ist er Fuß Slow Mo Slow Mo Fuß alter ha 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 was bist du jetzt für ein Level 10 ich krieg dich er ist neun und halb was soll das wow 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 starke Geschenke starke Maschen was denn jetzt los roll roll Musik was geht oh da was denn was spezielles ich kann ahne krank speziell ja eben Aua alter ich kann mich nicht überlegen ich kann mich nicht überlegen halt wieder hoch dann kann ich ihm tausend von Wunder Kräten machen ja das passiert irgendwie manchmal ich weiß auch nicht ganz ok ähm skill ich jetzt Wille ja komm was bringt mir das eigentlich sonst verbrauchte Kraft naja ja ok dann habe ich vielleicht auch mehr Mana Rack ähm erhöht deine passive gesundheitsregenerationsrate nicht schlecht was habe ich hier geskillt ja erfordere deine Axt ein Rundschlag hm weiß ja nicht genau grad hier ich glaube ich nehme das hier wesentlich skill ich das hier weiter für mit der match ich wollte grad nachschneiden eigentlich wegen Items aber ich habe noch irgend so ein ach ja das war das Amulett was ich gefunden habe wie viele Pfeile habe ich ja elf Stück geht wieder klar wieder bissl mehr wieso rennt die mit dem Hammer und dem Zauberstapfen das sieht irgendwie so bescheuert aus ja was für meine hast du meine Hose schon benutzt die ich dir gegeben habe die Hose ja der hat sich gerade angelegt ok also waren sie in dem Fall besser als dein ja ein bisschen mehr Rüstung ok also ne was habe ich hier nichts für ein Amulett ich hab zwar das Gleiche hast du ja 16 Wille 16 Wille ähm ja ok dann kann ich dir das geben wenn es besser ist äh geben du bist nein scheiße das ist ihr gegeben ja ich habe keine Ahnung wie wir das von ihr bekommen scheiße und das kommt ja irgendwie wieder warte gegenstand tauschen ach nö da ist nö fuck scheißfotze da habe ich mich verklebt ich lege sie ja schade scheiße scheiße da gibt Schlimmeres aber Sprengstoff irgendwer hat Sprengstoff was wer hat Sprengstoff irgendwer ich glaube er hat gesagt der da hat Sprengstoff aua ohja da weht mit irgendwas ne das sind Pfeile auch wieder habe ich mich verhört vielleicht vielleicht auch nicht na jedenfalls sehe ich da dass es ganz viele Gegner sind jetzt lernt ihr einen Doodle Art Ken als Rang lernt ihr einen Doodle Art Ken wie wieder Alter die gehen mir voll auf den Sack und bam crit oh nice wieder ganz viel Damage wow nein ich brauche Leben wow zum Glück wir haben irgendwie so viel Leben wie wir bekommen oder nicht Alter nein jetzt habe ich noch einen Rücken schade geh mir nicht auf die Eier einfach im Kreis drin bleiben ne ne ist gerade nicht so gut weil er zu flissen oh ich bin schwer verletzt ja dann geh da weg ist sie tot oder was ne auf der Heilung bist du auch ich geh mir nicht auf die Eier was du bist schwer verwundert läuft ja ich bin tot Alter ja und Ding ist es auch tot ja bist du ja Alter nein 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 du stirbst Alter ich wäre fast tot gewesen ich bin gleich tot ah heiltrank heiltrank ich kann die aber nicht retten ah ich gerade auch nicht ich versuch es jetzt und so au die Bogenschützen gehen mir voll auf die Eier es sind vier oder fünf Stück von denen ja ok Licht scheint bringt technische Bogenschützen ne ja schön der ist glaube ich nicht da oder doch ich sehe ihn jetzt nicht ups alter habe ich dich nicht getötet laden wir einen Waldläufer kennen oh Moment das dritte wir haben das zweite Grab irgendwie ausgelassen toll ok ja ok wird jetzt aber dann wieder Zeit ja oh aber hier noch kurz die Schatzkammer oh sie hat mich hier im Netz wieso kannst du das sehen man es sind halt Geheimnisse ich bin ein Spürhund ja da sind Drogen drin ganz viele Drogen hin da hast du ja öfter ernähmen das ist eine Razzia aber auch Schatzkammer ist nicht mal eine Truhe aber hier ist so ein Hauch ein Haufen oh ein Helm ich habe Schienbeine gekriegt wette ich kann die nicht mal benutzen das ist ein Sarkophag oder ne das sind zwei so Dinge oh mein Schwert ist gleich im Arsch Zweckgrieber so Sorge sehr Sorge keine Ahnung ein Sargfile Särge keine Ahnung dann gehts nie raus nach Daran da hier glaub ich ne 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 ich kann hier laufen 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 Daran b bitte die dritte Nr sie sind und wenn es nicht mehr zu gehen egal falsch gehen oder nicht ist sie mir es nächstes Mal raus ich werde mich bis zu sehen bis zum nächsten Mal Leute